Okay, jetzt haben wir 20 nach Zurch. Ich stehe hier immer noch wunderbar im Sturm, aber wenn man hier mal hinter mich rauskommt, ja, man kann es vielleicht da sein, dann bin ich viel verkehrt. Ich glaube, bis ich über meinen Zeltplatz bin oder irgendwie überhaupt mein Bier anfangen kann, wird das noch in einem Moment dauern. Toll.